ich bin rot ich bin rot ich bin rot ach so das sieht bei jedem aus okay ich wollte schon sagen ich bin rot wo bleibt unser priester wir hatten schon wieder habt ihr den priester bezahlen wir brauchen den bei der mission und den exorzisten da ist der priester der priester ist da alles stimmt für das andere spiel als exorzisten ja alles ich kann nichts mehr auf ich habe keine angst mehr ich wurde mal von der horre donne verfolgt wir machen bewegungssensoren wir machen bewegungssensoren wieder an strategische punkte oder bewegungssensoren mache ich in die türen können wir bei den großen zellentrakten wieder in die türen bewegungssensoren reinpacken ich mache mein bei behauptet der großen haupt doppeltür rein ich bin überhaupt nicht mehr durch den platz verloren hast du bewegungssensoren ich weiß ja nicht mehr wie die aussehen alles gut gar nichts dabei außer dem thermometer dann trug dich aus guck dich um haben wir stromischen praktikant der priester praktikant ok ich komme zeug hoch aber schon dort dabei also du drückst kurz im crashkurs ok du hast also prinzipiell das ganze zeug siehst du ja parabol mikrofon hat ja hier unten dass die dinger jetzt die dinger bewegungssensoren die großen kasten da sound sensoren die cams nimm mal so eine cam und geh mal raus und dann guck mal die cams kenne ich ja schon also die kennst du okay die weißt du nicht welche was welche sensoren sind das hier also das was hier liegt dieses schwarze neben dem buch rechts das sind diese dots das sind diese punkt projektoren wo manche geister durchlaufen können ach so das links ist das buch das neue da ist das normal geblieben also die die kleinen lampen mir die schwarzen die wir den gelben das sind die schwarzen lichtlampen jetzt aber wenn ich die direkt mit und dann nämlich noch ein foto operat ich nehme das mit ja und es gibt jetzt schon vier neue geister sind jetzt dabei schon noch zwei kommen wir zu halloween und zu halloween kommt das große level update da wird eigentlich halloween ich blick da nicht mehr durch dort haben am 31 am 31 jetzt ist halloween monat quasi am 31 also übernächste woche übernächste woche ab 25 bis 31 mache ich auch halloween zeugs große spiele ja ist irgendwie halloween ist ja irgendwie anstatt von einem tag zu einem monat geworden ja mittlerweile schon wir kommen mit hoch ich bin hier aber auch ganz cool so das rennen dass das rennen ist ja übrigens auch über den boden hat jemand die tür hinten links aufgemacht nein ich nicht wenn drin oder was hat mich nicht ab wie der letzte geist wie alt bist du die korn aufs helfe ob sehe ich nicht die tür hinten ist auf die die hier ist auf wer war das sehen ja hier war ich überall drin hier bin bin ich noch ich gucke gerade aber ob sehe ich glaube ich keine hierhin hallo bist du hier ich guck mal ob das immer noch funktioniert in dem kleinen nebenraum vielleicht die ist nur halb auf die tür hat es geklappt hat es nicht ich habe es gesehen hat es gesehen ja der geist muss mal was machen ey sonst bin ich wieder arbeitslos wieso du wirst du wirst fressen lassen erzählte nicht ja der erzählt da bist du ja arbeitslos ich bin der geopferte wird achso du bist der geopferte tür wo war das ja denn ich bin der geopferte priester ich höre links eine tür aber warte das läuft ähm ich habe hier gerade zu gemacht ok dann habe ich ihn gerade gehört er war hier draußen hier jetzt rennt mein charakter schon ohne dass ich überhaupt schürf hier ist offen hier ist offen das büro ist offen ja da habe ich noch ach du scheiße jemand hat es erwischt wir haben gefrier temperaturen Wir haben einen Early-Hunting-Dose, das ist einer der sehr frier von denen. Aber er ist definitiv im Sheriff's Office, ne? Könnt ihr mal kurz Sanity nehmen? Und zock, der Priester ist wieder zuerst gestorben. Immer stirbt der Priester zuerst, das tut mir echt leid für den Priester. Zock ist wieder zuerst gestorben. Also, Gefrier-Temperaturen haben wir. Ich habe mich in seinem Raum versteckt und habe es gesehen. Da. Was haben wir auf dem Game gemacht, ey? Ich beobachte gerade die Dots am Eingang der Tür. Habt ihr Pillen genommen? Ja. Ich habe Pech genommen, ja. Ich auch. Ich gucke mal nach Fingerabdrücken, er hat die Türen angekörbelt. Ja, ich komme auch oben mit dem DMF und der Bock. Die Chief-Tür, direkt. Er macht ja die Tür vom Chief-Tür, äh, vom Büro zu. Die kannst du angucken. Na ja, gefriert haben wir drüber wieder gesehen. Jetzt sehe ich die Dots natürlich nicht, wenn die da leuchten. Fingerabdrücke. Okay, check. EMF. Buch. Oder Orbs. Orbs sind es nicht, da haben wir keine. Das heißt, EMF oder Buch. Dämon oder Gin. Das habe ich dabei. Dämon oder Gin. Geisterbuch wäre, äh, Dämon und EMF wäre Gin. Ähm. Ach, Zock. Falls du mich hörst. Ich glaube, Gin ist, glaube ich, kein Early-Hunting-Ghost. Okay, dann ist es definitiv ein Dämon. Beim Huntu weiß ich jetzt nicht. Äh, Zock. Du kannst jetzt bei, wenn du J drückst bei deinem neuen Buch, bei Beweise. Äh, du kannst oben, wenn du einmal draufklickst, machst du ein X rein, dann wählst du es quasi aus, wenn du dann nochmal draufklickst, machst du einen Strich, dann sagst du das, das ist es nicht. Ne? Dann wirst du es ausschließen quasi. So kannst du Sachen ausschließen und halt die Sachen jetzt, äh, sagen, das ist der Beweis. Und dann, also, wenn er so früh gejagt hat, dann ist es aber ein Dämon. Definitiv. Ich weiß nicht, ob ein Huntu auch einer ist. Ich hab aber auf dem Schreibtisch, ähm, eine Kamera mit EMF davor. Ich weiß nicht, ob Huntu nicht auch ein Early-Ghost ist. Huntu ist raus. Ich hab das nicht im Kopf. Huntu ist raus. Hä? Wie Hunt ist raus? Huntu ist raus. Wir haben zwei was? Wieso? Ja, Fingerabdrückung, Gefrierttemperatur oder nicht? Ja, dann ist es nur noch ein Dämon. Dann ist es nur noch ein Dämon und Huntu. Ne, du kannst, äh, du kannst die Orbs rausnehmen. Wir waren in seinem Raum, ich hab geguckt, da ist nichts. Ich war in seinem Raum raus. Weißt du, ob das sein Raum ist? Er ist da rausgekommen. Er hat neben mir, als neben mir gespawnt bei der Jagd. Und er macht dort ständig die Türe auf und zu. Ich denke, dass das sein Raum ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sein Raum ist. Ich würde die Orbs ausschließen. Das heißt du? Ja, darum würde ich... Also ja, kann natürlich sein, aber... Ich würde ganz stark auf Dämon tippen, weil... Ja, dann können wir ja noch mal ein Buch gucken. Ja, würde ich noch mal ein Buch gucken. Bewegungssensoren kann ich da oben mal platzieren. Äh, Dings haben wir alle genommen. Indy, nehmen wir noch Pillen, bitte. Nochmal? Ja, du hast 55 Uhr. Du hast mal 55 oder so. Ich pack nochmal Bewegungssensoren rein. Zock, wenn du mich hörst. Weh, du schmeißt irgendwas nach mir. Lass es. Beide Bücher liegen oben im Gang. Ich guck mal. Ihr seid direkt neben mir gespawnt. What the fuck? Also ich denke auch, dass es ein Dämon ist eigentlich. Das wollte ich nicht. Boah. Ich lege mal ein Buch hier rein, weil ich glaube, das ist ein Raum. Schreib ins Buch. Ist er schon wieder absehen? Nee. Ich hoffe nicht. Nee. Okay. Okay. Die Tür ist auch auf hier. Nein, da ist Zock gestorben. Nein. Zock. 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 Okay, er war hier. Glaube ich. raus. Ich habe Angst, wenn ich hier raus. Opa, das finde ich krass, dass sie es ein bisschen überarbeitet haben. Auch mit den Sounds und auch was dir passiert ist gerade. Das ist nicht krass. Ja. Ja, das war so eine Geschichte. Um, man. Das ist übel. Ich sag doch, Sounds ist so das A und O bei Soho-Rodinger, finde ich. Gute Sounds. Damit kriegst du mich. Da bin ich weg. Okay, wir haben alle Nebenaufgaben schon erfüllt. Ja, ich hätte gerade die Räucherstäbchen mitgenommen. Ich glaube, ich habe einen Ohrback. Wieso hast du einen Ohrback? Ich höre immer noch die Melodie. Jetzt wirklich ingame oder hörst du die jetzt in real? Ich bin mir die ganze Zeit ein, ich höre sie in den Kopfhörern singen. Ja, das habe ich auch ein bisschen, muss ich es zugeben. Moment, das ist aber... Das ist jetzt schon mal in den Kopf. Hast du versucht, das Buch zu filmen? Ich habe... Nee, ich habe das aber da hingelegt, nur in den Raum rein. Aber das sieht man... Du stehst gerade im Bild, glaube ich. Entschuldigung. Er muss ja da reinschauen. Nee, das Einzige, was ich drauf habe, ist EMF, aber da tut sich nichts. Nee, das Buch habe ich nicht da hingelegt. Ich kann das Buch mal noch da hochlegen, aber das sehen wir nicht. Soll ich das Buch mal da oben hinlegen? Aber ich glaube, wir sehen es nicht, oder? Nee. Nee, nee. Sind Hantu, Guri und Meiling zusammen mit dazu gekommen? Ja. Ja. Er bewegt sich, er geht rein wieder. Dann muss es eigentlich ein Dämon sein. Ich glaube, der Hantu war kein Early Ghost. Und Jhin, glaube ich, erst recht nicht. Und es sind nur keine Orbs, von daher... Er sagt, es wird ein Dämon sein. Der hat sofort bei 75% eingefallen. Ich würde auch sagen, es ist ein Dämon. Bin mir auch... Ich bin mir zu 90% sicher. Buch. Mhm. Kurz mal reingehen. Können wir mal hochgehen? Ja. Ja, er läuft immer durch die Tür. Lass nochmal gucken gehen. Da ist... Da ist nicht Orbs. Nö. Wir gehen nochmal nach dem Buch kurz gucken. Sicher ist sicher. Ich hoffe, wir sehen einfach das Buch, ey. Er wird, äh... Er wird da gleich jagen. Ja. Besser dir. Schönes Tempo sparen. Ich hab mich aber in seinem Raum versteckt gehabt. Und er ist an mir vorbeigerannt bei der Jagd. Also... Clever ist er nicht. Zock und ich sind zusammen abgehauen. Und er hat sich dann für Zock entschieden. Nein, kein... Doch! Buch! Buch, 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 Buch! Ach, du bist auch... Zock, Buch! Du bist ein Dämon. Siehste? Wie gesagt, keine Orbs. Ha! Ja! Ich will... Ich will mehr ausdauern. Wenn ich dieses Skills-System rein... Fuck it! Wenn ich dieses Skills-System reinbringe, ich lächle sowas von auf. Ausdauer. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Okay, mal eben nicht so an die Wand. Ob die bei dem Level-Ding auch so eine, so ein, dass du wirklich so ein bisschen Skill-Leveln kannst, so ein Ausdauer-Level und so, das wäre echt gut. Ja. Ich würde sowas von auf Ausdauer-Level. Zock, ich trage mal einen Dämon. Alleingetragen? Moment, Moment, Moment. Dämon, ja. Nope. Der hat aber wohl nicht gesogen, ne? Der hat mir so gestöhnt, kann das sein? Ich habe gar nichts bei dem gehört. Ich habe mir das eingebildet. Ja, ich habe auch einen Stöhnen gehört. Okay, na ganz toll. Eingetragen, ready? Dämon, ja. Nope. Nö. Okay. Ich hoffe, Zock ist mit dem LKW. Sonst lassen wir ihn beim Dämon. Das wäre sehr traurig. Das ist mit dem Kling, wenn wir Zock zuerst erwischt, das sage ich so. Erstmal lieben, Paci, nur weil man wegkirche. Du bist zwanzig. Aber wie ist dich halt wieder zuerst erwischt, ne? Du tust mir so leid. Ja, ich bin Priester. Dämonen kommen aus der Hölle. Die mögen nichts, aber was aus dem Himmel kommt. Oh, hier. Ich bin mal auf Toilette. Einmal alles sprunseln. Jo. Kannst du mal ready machen, Paci. Ich will dieses fette Geisterbuch haben. Das kommt noch. Also, vielleicht kann man bald exorzieren. Das wäre echt krass. Dann treiben dir deine bösen Teufelchen aus. Du bist wieder ganz nett. Ich bin doch voll lieb. Ich bin so gemein. Hallo, ich bin voll lieb. Nein. Ich würde... Nein, ich mache nichts. Nein. Jetzt hör auf, lass uns. Ich habe es einmal... Einmal habe ich dich geopfert. Einmal. Das gibst du. Ich bin immer schuld, wenn irgendjemand hier stirbt in-game. Sag mein Anwalt aber auch immer, dass du schuld bist. Wow, danke. Ich habe einmal gesagt, der Geist soll dich töten. Der hat es echt gemacht. Einmal. Das gebe ich zu. Ich war ein bisschen stolz auf mich, dass der Geist auf mich gehört hat. Das war es doch du. Du hast einfach ein Messer in meinen Rücken geschossen. Du hast gesagt, dass es wäre der Geist gewesen. Hinterrückst du ein Stochen. Aua. Das hat der Teufel gesagt. Oh, 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 ready. Ach so, ich ja, stimmt. Da war ja was. Ja. Ja, ready, ma. Zock. Oh, da ist aber nicht da. Nee, ist noch nicht da. Ich muss noch was sagen. Zack, da ist er. Zack, ich muss dir was sagen. Hab dich vermisst. Du bist lange nicht da jetzt. Schön. Freue ich mich echt. Schöne da die Schuhe. Zack. Sag mal was. Oh, jetzt. Oh, das hat mir immer wehgetan im Ohr. Zur Bewegungssensoren. Das ist wie die Schule. Machen wir es mir strategisch an den Treppen erstmal. Ich rechts Bewegungssensoren. Ja. Du links. Ich tue mal drei Bewegungssensoren gleich neben. Gehe ich rechts Bewegungssensoren packen. Du links. Zock. Weiß nicht, was du kurz checken kannst schon oder so. Ich hole mal ein EMF oder so. Wir laufen aber noch nicht sehr weit durch die Schule jetzt. Wir gucken bloß mal rein. Aber ich gehe gleich rechts über. Das ist gut scheinbar. Aber ich gehe, ähm, ja. Ich gehe auch rechts. Wir platzieren bloß kurz Bewegungssensoren. Zock. Komm gleich wieder. Ich bin mal wieder Hauptruf, ich lasse Hilfe. Alles gut. So, einmal hier rein. Einmal öffnen. Mach ich die alle weiter unten? Ich mach die unten. Da, hab doch schon rausgefunden. Haha, wir platzieren bloß erstmal Bewegungssensoren. Hallo? Wer ist das? Hi. Miau. Hallo. Hallo. Ich mach mal Strom an. Was machst du denn? Nehm ich die Finger. Was tust du da oben? Ich. Meine Finger sind zu schwer für die Maus. Die drückt, die drückt jetzt aus dem Auslöser. Ich komm wieder raus und holen Zeug. Ich mach zwei Bilder auf dem Kasten. Ich bin da oben. Ich bin mal froh, dass wir drei Fotos haben. Ja. Drei Fotos. Zwei davon aus dem Flo und eins mit dir. War's wenigstens ein schönes Foto? Okay, check. Boden. Ich muss zu mir rein gucken. Sehe ich das jetzt hier eigentlich? Ja, sehe ich. Hör auf, bin ich gar nicht zu sehen. Alter, das ist... Ich sehe eine Hand. Auf dem einen Foto sehe ich eine Hand. Nein, ich weiß es nicht. Indy, nein, kein Bus fahren. Hä? Soll ich? Mal gucken, ob das geht. Links, glaube ich. Was ist links? Telefon, Tür, eh irgendwie links. Okay, ich komm rüber, nach links. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das... Hab den Raum links hinten. Unten, oben? Unten, links, hinten. Komm mal. Das ist schon geil gemacht mit dem Licht. Die Atmosphäre ist schon... Licht angemacht, Tür angefasst. Also, Fähabdrücke sollten easy sein, wenn du das bist. Der ist ja richtig aktiv. Ganz hinten? Äh, EMF und Parabol liegt vor der Tür. Die ist noch auf. Ah, also der hier. Hallo. Guten Tag. Gibt es, glaube ich, hier rein, oder? Will jemand eine Joghurt haben? Ja, ich nehme eine. Wir haben Gefriertemperaturen. Gefrier... Gefriertemperaturen. Wo bist du? Deshalb Joghurt? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Eine Joghurt ohne Joghurt, bitte. Wie alt bist du? Wo bist du? Schreib in das Buch. Das ist aber schwierig. Zeige dich. Joghurt, Fahndupio ohne Waffenkrieg. Okay. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Ich komme jetzt wieder raus. Wo ist der Geist? Unten oder oben? Links, ganz hinten, unten. Unten, links, hinten. Es liegt da vor der Tür. Perfekt. Hi. Das darf nicht. Da hinten. Ja, kein Wunder, warum ich da nicht gefunden. Jo. Ist hier irgendwie... Oh, Geist. Ola. Beweise. Gefriertemperaturen. Ich guck mal nach Orbs, aber ich glaube, können wir ausschließen. Ich hab, glaube ich, gerade keine gesehen. Checken wir das gleich mal ab. Eben, F2. Wir haben Orbs. Ich sehe Orbs. Ich sehe Orbs. Das hab ich nicht gedacht. Revenant. Revenant, Yurai oder Hantu. Salz. Das geht schnell. IMF ist raus. Fingerabdrücke können das sein. Fingerabdrücke, Buch oder Dots. Also Fingerabdrücke habe ich es gerade an den Türen und Lichtschattern nicht gesehen. Wir haben einfach fast fast... Bring mal einen Dots rein. Ein Dots liegt im Raum. Aber noch keine Cam. Bringst du noch eine Cam mit in die... Dann bring ich nochmal Dots noch. Äh, doch eine Cam ist im Regal drin. Okay. Okay, machst du? Ja. Sieht man die Dots da durch? Jetzt ist noch wie noch eine Kopfkamera. Bleib lieber nicht so lange drin. Die Geister sind schlimmer als früher. Amen, Amen. Okay, der Gang sieht echt püppig aus. Ich finde dieses Licht, wenn er so milchig wird, so... So leicht nebelig, so, das ist echt ein guter Effekt. Achja, Zock und falls du es noch nicht weißt, wenn der jagt... Das flaggert nicht mehr überall das Licht. Nur noch, wenn er in der Nähe ist und sie singt. Oder macht meistens Geräusche. Ja, die können ja warte werden, du. Tagchen. Hi. Schönen guten Tag. Ja, mit der Mayonnaise unterwegs. Und manchmal machen die auch Kinderspiele. Ja, wir spielen fang. Yippie. Ne, so. Ringel, Ringel und eigen. Die eine Cam ist dort. Wo hast du die andere hingesetzt? Ich habe keine Camse hingesetzt. Ich habe nur eine hier im Schrank gesehen. Achso, ja, die habe ich da hingesetzt. Oh. Ich höre sie. Ja, bitte. Wo ist sie? Anderer Raum? Brigitte. Sie ist rausgelaufen. In den anderen Raum. Moin. Moin. Oh. Hallo. Hola. Ich habe nichts mehr. Einmal Lächeln für die Kamera. Paparazzi. Paparazzi. Ich gucke mal nach Dots. Das Gebäude ist schon cool. Alter, ich habe mich gerade. Der flog in Schatten. Alles war wie im Licht hinter mir. Ich bin auch heute Freka. Ja, ein bisschen. Dots würde mal sehen, wenn sie durchläuft. Zock, du solltest Pillen nehmen. Du hast echt schwache Nerven. Schon, ne? Der ist aber auch so ein Hardcore-Junkie. Der bleibt so übelst lange drin. Der steht auf sowas. Ich sag's euch. Ich wurde schon mal von der Donne verfolgt. Das hat mich geprägt. Das ist mir jetzt alles gegangen. Bitte, irgendwann bei hier oder bei dem anderen Game. Was passiert schon eigentlich? Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen. Geisterohr. Die Box kann es nicht mehr sein. Also Dots, Fingerabdrücke oder Buch? Habt ihr Fingerabdrücke an der Tür gesehen, zufällig? Ne, ich habe zwar mal geguckt, nix. Was ist mit der anderen Game? Ja, die ist doch gut. Die ist immer platziert. Die ist perfekt. Ja. Wenn es Fingerabdrücke ausschließen, können wir ausschließen, oder? Da können wir Fingerabdrücke ausschließen, denke ich jetzt mal. Also Buch oder Dots? Und da waren wir also, die Sachen, die Punkte, die nicht sind, muss ich doppelt anklicken, ne? Kannst du die ausschließen kannst. Wenn du die ausschließen willst, kannst du doppelt anklicken, ja. Ach so. Na gut, dann bin ich faul. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, ob das extra Punkte bringt, wenn du es ausschließt, aber, oder nicht. Ich würde den Entwicklern zutrauen. Jetzt wird dir schon ein Krabbe viel bei meinem Monitor, jetzt wird dir mal schlimmer hier. Ich bin schon in den Boden im Wald. Na komm, lauf für Dots. Ich kann auch durch Dots laufen. Das funktioniert, du bist schon wieder so, Zock, Zock ist schon wieder so halb Selbstmord gefährdet, ne? Der steht da drauf, ich sag's euch. Schreibt da gerade ins, warte mal. Kann sein, dass er gerade ins Buch geschrieben hat. Habt ihr es gerade gesehen? Nein. Da war gerade irgendwas. Ich weiß nicht, ob es Dots unter dem Buch war. Irgendwas, das hier gerade bewegt. Ich komme da mal mit. Ah, dieses Rennen. Bitte, bitte ins Skillsystem. Ich möchte auch aufs Haus gehen. Ihr müsst durch die Kamera angucken, dann habt ihr den lästigen Weh für dich. Ich freue schon mal seinen Raum aus. Hier. Wir sind Salzgetriebe. Buch, 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 Buch. Ist ein Revenant, das heißt, wenn er jagt, können wir nicht erfauen. Hast du das Buch fotografiert? Ja. So, ich freue schon mal seinen Raum aus. Ein Revenant ist schneller als wir. Ah, habe ich schon. Ich habe auch heute ein Läppchen gemacht. Ah, perfekt. Hast du ein Foto gemacht, Zock, vom Buch? Ja, sicherlich. Sicherlich, dann raus hier. Ja, sicherlich hat nicht funktioniert. Zweimal echt nicht funktioniert? Okay. Geist, einmal bitte jagen. Für die, für die Spaß in die Runde. Dann nicht. Miau. Nein, Jungs. Es ist allein. Ja, jetzt renn doch. Ist doch nicht. Das Rennen ist so schlimm, ey. Ach, größer Müll. Das Rennen ist so übel. Wenn die wenigstens, wenn die wenigstens Sprint geschwinden, dass sie wenigstens noch diesen alten Sprint dazu getan hätten, dass man doch trotzdem permanent noch so schnell laufen kann. Ja, schnell in Anführungszeichen, ne? Schnell ist anders. Powerwalking. Powerwalking. So, okay. Alle eintragen. Es ist ein Revenant. Hallo, jetzt hab ich. Mein Revenant. Können wir? Oder? Blutpaste eingetragen. So. Dann, let's go. Dann, wenn die Hölle, wir müssen fahren wie der Teufel. Dann abfahren. Wir wollen aber gar nicht hinzocken. Keine dritte. Nee, ich wollte den Teufel mal besuchen. Wollte mal gucken, ein bisschen Frieden zwischen. Wow. Achso, als Priester. Bist du dann so ein Priester von der anderen Seite oder wie? Ich? Priester von der anderen Seite? Nee, ich bin eigentlich so ein Vermittler. So ein Heiliger. So ein Heiliger Vermittler. Ein Heiliger, Mann. Oh, ein Heiliger. So, hier. Muss ich nur abends sagen, dann bin ich direkt heilig. Oh, wow. Du kriegst sogar 10.000 Euro mehr als ein normaler Vermittler. Mach mal bereit. Ach, Regie. Du bist, ne? Die Priester, die brauchen ein bisschen. Ach, schön. Ah, die Priester brauchen immer so ein bisschen, ne?